Grüß euch Leidln, Tautau wieder hier und willkommen zurück in Artis Live. Ich nutze hier ein bisschen die Hubschrauber-Flugszenen über den Artis Airport, um eine kurze Ankündigung zu machen. Also das ist jetzt nacheingesprochen. Also ignoriert bitte im Hintergrund das Gespräch, ich habe meine Tonsprache rausgenommen. Wir sind auf einen neuen Artis Live Server gewechselt, den Massive Crime Server. Ich verlinke euch denn die Facebook-Seite und die Seite fürs Forum, das es jetzt seit ein paar Tagen gibt. Und wir sind auf diesem Server als Sicherheits-Service unterwegs, auf Seiten der Polizei. Sprich wir sind ein privates Sicherheitsunternehmen, sind zur Zeit zu fünft, also fünf Mann sind bei uns genehmigt. Und hier zeige ich mal euch ein paar Einsätze. Wenn ihr auf den Server schauen, wundert euch nicht, falls die Karte mal umgebaut ist und nicht so den Videos entspricht. Die Aufnahmen sind schon ein paar Wochen alt, teilweise, und die bauen hier mächtig um auf den Server. Aber von daher viel Spaß noch mit den weiteren Szenen von uns als Sicherheitsdienst. Ja, wir werden jetzt mal für Recht und Ordnung sagen, für was denn, wie der Sicherheits-Service hier, oder? Weiß ich mal. Ey, wie bist du jetzt nach Kavala gekommen? Kein Verlass auf euch. Was? Wir kommen! Wer ist nach Kavala gekommen? Ja, du, du bist voll schnell da. Was? Wir fahren. Wir fahren doch. Ich bin dafür, dass wir sogar Sirenen und Blaulicht anmachen, ganz ehrlich, es reicht. Nein. Es ist aber keiner da. Es ist scheiß drauf. Wir dürfen das nicht, und wenn die das melden, dass wir das machen, dann... Das Einzige, was wir jetzt dürfen, ist... Taser. Wir dürfen den Markt übernehmen. Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist... Komisch. Milo, du fährst jetzt mit dem Hunter in den Markt rein, also durch die Schranke durch, und dann sorgen wir für Recht und Ordnung. Ich will da nicht durchfahren, sonst rieche das Auto in die Luft, weil ich nicht schnell genug durchfahre. Okay. Weil du musst eine Kurve nehmen, und dann komme ich da nicht mit genug Geschwindigkeit. Also der spinnt auch so da rum, oder was? Ja, das sind alle Schranken. Also die automatisch fahren. Ja, aber dann komme ich da nicht so schnell durch, weil du eine Kurve ziehen musst. Oh ja. Was macht ihr, Leute? Wer streiche ich hier wen? Padding ist nicht cool. D? D? Yuki ist gerade auch nachgekommen. Ja, Yuki. Ja, Yuki. Ja, aber die spielt Rebell. Ja, aber voll. Ja, die wird sich bestimmt mit dem Sophia spawnen. Die sind schon relativ weit vom Rebellenstatus, ne? Die werden sich bestimmt jetzt aufregen, weil die keine eigenen Rebellen gewinnen haben. Ja, die können jetzt auch verfolgt werden. Ja, das war ja unfair. Ja, komplett. Bank aus oben, über die Grenze und fertig, ne? Komplett. Ja, da fehlt uns die, die Sau, die haben wir ja jetzt. Ja, die kennen wir jetzt noch nicht hoffen. Ja. Ja. Ich konnte es nicht aufnehmen. Scheiße, ich werde sterben. Da ist ein Marktplatz. Fahrs leichter. Alter, ist der Truck wieder. Alter, 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 Alter. Was geht denn hier ab? Alter, die töten einen nach dem anderen. Ja, muss raussteigen. Wie viel mit dem LKW runter? Ich muss hier weg. Alle weg Tesern. Alle raus aus den LKW. Raus aus den LKW. Raus aus den LKW. ALS Security. Das ist eine gute Idee. Oh, wei! Schweiß! Der fährt nicht tot! Der fährt nicht tot! Geld auf den Boden. Lass die Ballanz hoch. Ich sperre die Straße. Nein. Ich schieße nicht. Wir treiben. Das darf auch. Gut gesagt. Neben, neben, neben. Ja, eben. Raus aus. Kannst du hier ruhig schauen? Äh, könnte ich. Ich würde das Auto nicht verstehen. Seid ihr drauf? Bei so viel Diebe, wie wir sind. Hey, hey, hey. Pull-Out-Layers. So. Bin hier mal fettgelein, ne? Der hat ein paar Leute vorhin überfahren. Komm raus! Ey, was macht ihr noch? Die ist auch wieder verboten zu stehen. Ja, wir dürfen das schaffen. Ja. Total, total geil. Alter, was ist hier los, Alter? Verdammt. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich kann den nicht. Ich kann den nicht. Ich auch nicht. Warte mal, wie geht das? Verdammt. Der extra läuft weg, der extra läuft weg. Wo ist er hin, wo ist er hin? Hinter dem LKW. Ich verfolge ihn! Ich verfolge ihn! Wo ist er? Wo ist er? Steuerung und R habt ihr gesagt, gell? Ja. Shift R. Ah, Shift R. Hallo. Was ist denn jetzt mit dem Truck? Bist du verlierst? Ach gut, hast du das nie gehört? Wir müssen bleiben. 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 Sofort stehen bleiben. Wie heißt der? Wie heißt der? Daniel liegt aus dem wir hier stehen, gell? Ja, ja. Der Typ kommt wieder zum Market laufen. Ja, alles klar. Alles klar. Ich bring mal den scheiß Ding weg. Hallo. Ich hab irgendjemanden überfahren, der ist mir vor den Quad gelaufen, weil er mein Inventar wollte. Was ist das denn überhaupt gar nicht? Ja, genau. Kann ich noch fragen? Ey, ich kann die Windows-Taste nicht drücken. Wir müssen erstmal ordnen. Kann die Leute nicht festnehmen. Shift R. Äh, Shift R. Ich hab vor meinen Quad gelaufen, weil einer. Ossi, Alter. Oh, der läuft schon wieder. Hey, Falli. Bleib bitte mal. Jetzt hört einmal auf, bitte. Alter, Leute, bitte. Falli, bitte. Und Ossi, bitte. Gib doch mal einen Frieden, okay? Echt jetzt. Ey, das passiert aber. Das ist in der realen Welt. Bitte jetzt. Die sollen vom Quad runter, oder? Was? Aua. Auf wen? Auf wen tazerst du? Wen hast du jetzt getazert? Den, den ich schon seit Stunden versuche... Ey, lass meinen Kollegen rollen. Na, wann er nackt ist. Den ich schon seit Stunden versuche zu fliegen. Ich steckere gleich alle meine Belge in den Mund rein. Ja, ja, bitte. Was hat Black Mamba gemacht? Die schmecken Ekel an. Ja, ja, er war ein Mitfahrer im Lastwagen und war dabei, die Leute zum Überfahren. Also... Also wir haben ihn mit. Extro. Auf dich ist ein Kopfgeld in Höhe von 20.000 ausgesetzt. Ah, ne. Warte mal kurz. Black Mamba war was anderes. Wie viel? Extro war das. 20.000. Boah, bin ich wertvoll. Bin wertvoller als ihr. Wenn ich das gesehen habe, haben die beiden hier die überfahren alle. Ja, ja. Da du eindeutig ein Wiederholungstäter bist, werde ich dich abführen. Ja, ja. Das war ein Fehler meinerseits. Ich hab nichts gemacht. Der Zyrus ist das auch. Der Zyrus ist äh... Zypros ist 21.000 ausgesetzt. So, anal einführen. Ach du Zyrus. Ey, ich hab dir nichts gemacht. Ich hab nicht mal jemanden überfahren. Ich nehm den hier auch mit, ne. Ja, ja. Syphuras hat äh... Zweimal... äh... Ding... Äh... Vier Autotypen. Und... Was ist äh... Vehikular? Meint's lauter. Was ist das? War ich aber nicht. Autos geklaut oder so? Also Autos geklaut hat mit dem Vehikel äh... Dietrich äh... Geöffnet. Ja. Achja und Deporti hat vorher jemanden gekürt lassen. Nehmen bei. Was hier mit dem Black Mamba? Äh, kann mal jemanden kommen, das Auto ausschließen? Ja, ja, warte. Okay, das hab ich jetzt selber aufgekriegt. Was mit der Black Mamba? Ja, das war ja das mit ein wenig, äh... Wengern, äh... Quad, oder? Du hast mal den Klamotten. Wieso kann ich den Typen da jetzt in dieses Drecks Auto noch reinpacken? Die geile Klamotten, Alter. Ich geh jetzt aufs Klo. Dann kam ich dann hierhin und wurde überfahren. Ja. Du musst halt den Typen... Soll ich machen? Ja, lass den mal. Ich geh mal frei. Ja, wir hatten jetzt gerade ein bisschen Stress mit die zwei Idioten hier. Also, sorry, mal kurz. Warte mal kurz, bitte. Äh, was machen wir jetzt mit dem... Warte, warte, warte. Was machen wir jetzt mit dem Black Mamba? Hast du ihn drin? Äh, den hast du wieder frei. Ja. Und Auto wieder aus... Ähm, der ist ausgestiegen. Der ist denn, der hat das Auto angefacht. Hast du entfesselt? Ja. Hey, was ist mit dem? Was ist mit dem, ey? Ja, ich krieg den nicht ins Auto. Soll ich den Tesern? Ja. Ey, das hat ihn nicht interessiert. Das ist irgendwie... Äh, verpackt, kann das sein? Warte mal kurz. Ich fahr mal mit dem Auto los. Was mit dem denn? Warte mal, warte, 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 warte. Ich hab mir jetzt... Ah, hast du jetzt. Ja. Pack ihn hinten rein. Ja, bring dir da mal gleich in den Knast. Oh, komm, 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 komm. Wird grad ein bisschen schwer, Moment. Äh. Meine Windows-Taste hier. Alter. Warte, ich mach... Ich mach das, okay. Ja, mach mal. Ich klick ihn grad. Ey, was ist da los? Wieso... Wieso liegt ihn hier oben, Inna? Weiß ich nicht, es ist ein Buller. Geh mal gucken. Falli, der Maribar ist wieder am Start. Schwänzt in der Luft. Na, du weißt doch, der ist mit uns. Als Nutten. Oh, kriegen wir den Typen da nicht rein. Habt ihr euer Auto abgeschlossen, Ivan? Alter. Sag mal, kann es sein, dass dein Fahrzeug vorher ist? Warte mal, ich geh mal auf die andere Seite, warte mal kurz. Ich hab' jetzt ins Auto... Warte, ich hab' lange nichts von dir gehört. Ja? Was? Hat ja auch viel in den Mund. Ist schon kompliziert, genau. Ah! Nein, 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 scheiße, scheiße! Ich tu es, es weekly inbounden, scheiße! Du musst wegrennen vom Auto. Du musst weglaufen vom Auto. Wie weit? Ja, ein bisschen weglaufen. Nur ein Kilometer. Wir gehen halt bei mir rein. Ich hab' nicht in den Kasten, die liegt da alles von oben, ist das normal? Was für den Koffer hier? Ich hab' keine Ahnung. Lass die Leute sich ergötzen. Ne, ich krieg doch kein Mö. Ich weiß, du musst den Abstand halten, bisschen weiter weg. Hoolette Dogs, aus, hu, 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 hu. Hoolette Dogs, aus, hu, 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 hu. Ivan kannst du bitte aussteigen und das selber machen. Hab' keine Ahnung, was jetzt los ist. Warum ist es extra wieder draußen? Weil ich... Hörte mich auf jeden Fall lustig an. Ich töte ihn gleich, verehrlich, ne? Das reicht, irgendwo reicht's. Bleck mal den, bleck mal den, bleck mal den kannst du dir aufheben, ne? Hast du den einen reingekriegt, oder was? Wo ist der andere? Hast du den freigelassen? Ne, einer ist jetzt drin, oder? Ähm, der rennt grad... Das ist buggedreckt. Das ist buggedreckt. Das ist buggedreckt. Wenn du dich dem Ganzen widersetzt, setz ich dich für eine halbe Stunde in den Knast. Und wenn du dich dann ausloggen solltest, wirst du von diesem Server gebannt. Ich warne dich einmal. Ich warne dich einmal. Eine halbe Stunde? Ne, halbe Stunde gibt's nicht. Also das höchstens, glaub ich, 10 Minuten. Ist mir scheißegal. Oder für dich. Versuch den jetzt bei mir reinzuschmeißen. Ich kann, ich kann nix damit machen. Versuch den jetzt einfach in mein Auto reinzuschmeißen. Ich kann ihn gern für dich nehmen. Also ich würde ihn gern für dich nehmen, das ist kein Problem. Versuch mal die Windows-Tasse zu drücken. Versuch mal die Windows-Tasse zu drücken. Versuch mal die Windows-Tasse zu drücken. Ich krieg den nicht rein... Ah, jetzt. Put in ein Vehikel. So, jetzt ist er drin. Hast du? Ja. Ich hab' abgeschlossen. Seid ihr beide hier und ich und ich fahren zur Polizei? Ja. Ihr müsst die Windows-Tasse drücken. Ihr müsst die Windows-Tasse drücken. Ich warte vorne auf dich, Milo, ne? Um das... Nein. Moment, auf den Epic ist ja auch Kopfgeld ausgelebt. Ja. Ist er auch hier, oder was? Ja, ist gerade hier. Auffetzen nimmer einfach. Wo ist der jetzt hin? Hier. Welcher Server sei denn jetzt? Ey, der Spieler nervt. Der macht hier im Auto... Macht er im Auto. Wie heißt er? Haben sie dich bei der Entführung in den Arsch gepoppt? Massive Crime. Massive, was? Massive Crime. Hört sich aber böse an. Wieso ziehst du dich aus? Nein, du sollst dich wieder anziehen. Nein, du sollst dich wieder anziehen. Du hast doch gesagt, ich soll mich ausziehen. Ich hab' gefragt, ob dich die Entführer in den Fuhl gepoppt haben. Geh weg. Ich hab' mir jetzt nicht erklärt, wieso und sowas, ne. Ich hab' mir einfach im Knast gesteckt. Hier, Baste? Kannst du denn hier vor das Haus stellen und dann in den Knast? Ja, ähm, einfach das Ding drücken. Wie ist das denn? Ja, Falli, das war jetzt... Und wir kriegen dann das Kopfgeld, was auf die aufgesetzt ist. Ja, ich hab' 20.000 bekommen für den einen. Cool. Ey, ich weiß nicht, ich krieg' nix. Warte. Warte, warte. Was machst du denn jetzt? Der ist ein Jet. Kriegst von mir das Geld. Der hat so dieselben an. Kriegst doch gar keine Kohle, wenn das Ding im Ding rauskommt. Doch, du hast eine Bounty of 22.000 für arresting a criminal. Hast du Geld gewonnen? Ja. Hey, da oben packt ein Totokop, gell? Mhm. Ja. Weil ich jetzt nicht... Ey, wir müssen durchgreifen, oder? Brauchst du Geld verlieb? Ich finde nicht. Wie viel brauchst du? Eine Milliarde nur noch nicht. Alter, mein Auto ist... ... so... ... so... ... ich pack... ... ich pack... ... aber ich geb's immer nichts. Gib Gummi. Was, was, was? Was mit der Straßensperre? Uuuuuh. Ja, durch diese Sperre bin ich schnell durchgefahren. Oh, 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 oh. Dass da jetzt jemand denkt, dass so was passiert, dass ich mal rauskomme. Also ich hab jetzt für die beiden 40.000 bekommen insgesamt. Ja, da kannst du ja auch behalten, ist ja kein Problem. Ja, wir teilen uns das Ganze dann auf. Das Problem ist, wenn hier im TS nicht so viel los wäre, könnte man denen auch erklären, wieso, was los ist und sonst was. Ja, dann hättest du das TS gemutet und hättest ihn erklärt, oder? Ja, aber die beiden waren schon bekloppt genug, die hatten die ganze Zeit... ... und irgendwas im Voice-Chat gelabert. Keine Ahnung. Wir haben dich auf der Fahndungsliste. Soll ich dir vorlesen, was vorgeworfen wird? Okay, wieso? Machst du das? Ivan, willst du? Gegen dem, äh, welchen überfahren habe oder was? Ganz genau. Autos sieht laut. Ja, ich... Da Nacht? Ja. Ticket? Ticket? Oder lassen wir es bei einer Verwarnung? Bei einer Verwarnung. Ich sehe nicht, ob du kooperativ bist. Warte, ich check ihn mal. Bitte? Ich check ihn mal. Also, wie gesagt, er ist mir vor das Auto gelaufen, als ich grad, äh, umparken wollte. Heli, Heli, Heli! Hat er Landeerlaubnis? Nein. Cool, er hat nicht gefragt. Wo ist der Heli? Äh, Krankenhaus, Krankenhaus. Ich renne mal schnell hin. Ähm, okay, äh... Warte, ich komm. Wir belassen es mal bei einer Verwarnung und, äh, beim nächsten Mal werden wir durchgreifen. Dicke Waffe ausrüsten, oder? Jo, alles klar. Erstmal nicht. Ich... Das erst geneute Waffe schließen, wenn da jemand ist. No. Wo sind die? Habt ihr eine Landererlaubnis? Wo ist der Heli? Geh hoch, geh hoch. Keine Landererlaubnis da ist. Ich will auch. Ja, ne? Ich lauf mal hin. Ich lauf mal hin. Ah, was macht er jetzt? Was macht er? Hebt er wieder ab, oder? Keine Ahnung. Ich lauf mal hin. Ne, der landet. Der landet. Der landet. Ja. Seid ihr schon unterwegs? Ich bin schon auf dem Dach. Okay, ich komm nach, ich komm nach. Sag ihn, dass sie aussteigen sollen. Bitte aussteigen. Und das Arm vor uns infiziert. Und stehen bleiben bitte, nicht bewegen. Aussteigen und beim Fahrzeug bleiben. Lass dich mal. Wir beschlagneten auf jeden Fall mal den Heli, oder? Ja. Hör ab. Cool. Ihr habt euch keine Landererlaubnis. Bitte hier vortreten. Bitte nur einer raiden, okay? Der eine ist eingestiegen. Noch ein bisschen gelb raus. Bitte aussteigen oder ich. Aussteigen. Du kannst ihn rausziehen. Du kannst ihn rausziehen. Ja, trotzdem. Cool. Cool. Ab April. Hm. Dann bitte vom Heli wegtreten und nach unten laufen zum Kollegen, der da gerade angelaufen kommt. Hier runter kommen, bitte. Ich würde gerne mein Fahrzeug noch locken. Dann lock mal das Fahrzeug. Das braucht ihr jetzt nicht. Wir sind in der Sicherheit Service hier auf dem Server. Wir stehlen euch nicht, okay? Ich frage jetzt. Habt ihr eine Landererlaubnis? Also wir haben eine Landererlaubnis von euren Kollegen. Ja, nur außerhalb. Von wem? Wo seid ihr eigentlich? Warte mal. Von wem? Von wem? Neocan. Wann hat euch die Landererlaubnis verteilt? Vor einer halben Stunde. Er kommt gleich vorbei. Jede Landererlaubnis ist einmalig. Die muss ich immer wieder wiederholt erteilt werden lassen. Wer kommt noch jetzt angelaufen? Er kommt gerade angelaufen. Er kommt gerade angelaufen. Neocan. Das ist aber kein Polizist. Habt ihr denn nur mit den Epi-Klingeln gemacht? Ja, ich bin noch nicht auf der Whitelift. Deswegen das ist gerade fail wegen dem Patch. Waffe zu legen? Deswegen komme ich gerade als Kopf auch nicht rein. Oh, wie ruhig das? Ah, wir ruhig das. Ah, wir gehen nicht bewegen. Wir gehen nicht bewegen. Wir gehen nicht bewegen. Wir griechen Neidwilden kaufen wollen. Aussteigen. Aussteigen. Herkommen. Herkommen. Immer gleich wieder abhauen müssen. Warum auch immer. Wie seid ihr denn? Ich bin beim Markt. Der ist eingestiegen. Ich habe den jetzt mal gefesselt, ne? Ich bin Boxer. Ja, aber ne, okay. Wir wissen noch nichts davon, dass du Polizist bist. Wie denn? Ja, ich bin auch Polizist. Ich war ja heute schon mit dem Batsch. Welche Stadt seid ihr denn? Oh, warte mal. Leute. Wie gesagt, ich bin noch nicht auf der Whitelist. Und deswegen komme ich jetzt gerade beim Kopf, also Polizei nicht rein. War ja heute dabei. Die Whitelist funktioniert ganz normal mittlerweile wieder. Ja, aber ich bin noch nicht eingetragen auf der Whitelist. Achso, ja. Dann hast du aber auch keine Befugnis, glaube ich, ne Landerlaubnis zu erteilen. Vor allem, wenn du jetzt sicher neu bist, dann fangst du ja als Rekruter an, oder? Ich war ja heute schon drin als Polizist. Als Rekruter sehe ich das nicht. Ja, ja. Aber pass auf. Pass auf. Das mag sein, dass du jetzt normal als Polizist bist. Aber jetzt von Roleplay her bist du als Zivilist. Also kannst du keine Landererlaubnis erteilen. Ja, zwangsweise, ne? Ja, das zwangsweise jetzt, ja. Deswegen haben wir jetzt ja gerade hier ein bisschen Verwirrung. Also jetzt, jetzt eher mehr zwangsweise, wenn die, wenn die beiden wieder Landererlaubnis sollen, müssen sie uns anschreiben, weil, äh, der Winfield ist ja auch AFK anscheinend. Warum ist der Epic Lex getötet? Ja, der ist auf jeden Fall, aber der ist ja auch, ich glaube, Admin hier, ne? Keine Ahnung, der ist da, der ist da hinterher rannt. Der ist dunkler. Ja, was machen wir? Belassen wir es bei einer Verwarnung, oder? Ja, verwarnt die und dann... Ja. Darf ich, darf ich, Ivan? Ivan, darf ich, darf ich? Ähm, wir belassen es jetzt mal bei einer Verwarnung. Ihr beiden könnt euch jetzt euer Nightwishen kaufen und das nächste Mal, wenn kein Polizist außer wir online sind, dann schreibt bitte nur Polizisten an und keine Zivilisten, okay? Ja, okay. Ja, okay. Verstanden. Habt ihr jetzt euren Heli zugesperrt? Ja, okay. Heli ist gelockt? Euer Heli ist jetzt gelockt? Ähm, ich kann ihn nicht locken, irgendwie. Weil ihr brauchst Geld für ein Auto? Ich fahr einfach mit euch mit. Ich geh jetzt zurück ins Dach. Ja, man, es weiß außer uns eigentlich eh keiner, dass er hier am, ähm, krankenkost. Moment, Moment, mir werden die Namen nicht angezeigt von den Spielern. Doch, äh, Patrick und Detlef. Nee, ehrlich, ich hab die Namen nicht angezeigt. Ja, Detlef. Patrick und Detlef. Er heißt auch immer von denen Detlef, ist okay, der Heli gehört den Detlef. Hi Detlef. Daniel? Ja, sonst, äh, holt schnell euer Nightwishen, ich passe auf euren Heli. Der war auf. Was ist gestorben? Das Typ nur hat gestorben da hinten. Das hat eigentlich gekauft, ist gestorben. Ach, hat's hier ausgelockt wahrscheinlich. Blech, Mama. Ja, der Helikopter hat jetzt abgeschlossen. Okay. Ja, also doch. Ey, der, was für ne Natur, ey, der hat das erst mal geregelt, kriegst, ne? Da bleibst du hier, ne? Nee, okay. Nee, okay. Ja, ja, ich bleib so lange nicht. Ja, aber der. Okay, dann gehen wir wieder zurück zum Marktplatz, was da wird aus ist. Leute, die, die Typen im Knast haben sich ausgelockt. Die müssen real life in Game Zeit dort drin bleiben. Dann haben sich aber ausgelockt, die sind. Ja, schön, aber es nächste Mal, wenn sie sich einlocken, dann sind sie wieder drin, oder? Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Aber sie müssen dann Admin melden, dann. Hast du die Namen gemerkt? Ja, aber vielleicht waren die 10 Minuten schon rum? Nein. Nee, 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 denke ich nicht. Band bei dir ist denn das die 10 Minuten drin blieben? Ja. Ja. Ja.